Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn man eine Krebsdiagnose erhält, dann ist das immer erst einmal ein Schock. Und schnell stellt sich dann die Frage, wie die Behandlung ablaufen wird. Eine Operation, eine Chemo, eine Bestrahlung, was davon, in welcher Reihenfolge. Heute geht es bei uns um den Dickdarmkrebs. Bei mir ist Bashar Abt Al-Rahim, er ist Leiter des Departments Allgemeine und Physiarchirurgie an der Asklepios Klinik Sebnitz. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Erklären Sie uns doch erst einmal, wo kann der Krebs im Dickdarm sitzen? Also, der Dünndarm geht in den Dickdarm ober, im rechten Unterbauch. Der Dickdarm besteht aus verschiedenen Abschnitten. Der geht einmal hoch, dann einmal querober im Oberbauch und dann läuft einmal runter bis zum sogenannten S-förmigen Darm und dann kommt die letzten 16 cm von Dickdarm, die sind der Massdarm. Der Krebs kann überall im Dickdarm sitzen, kann überall entstehen. Häufig ist aber, dass die Fälle, also etwas weniger als die Hälfte im Massdarmbereich entstehen. Das heißt also, der läuft ja so rum im Körper, einmal so und so. Und meistens sitzt er hier links unten, ne? Genau, also fast die Hälfte im linken Dickdarm. Ja. Wie stellen Sie das fest, ob es einen Krebs gibt bei einem Verdacht? Das ist meistens durch die Vorsorge, dass die Patienten zur Vorsorge gehen, wird eine Darmspiegelung gemacht. Bei der Darmspiegelung stellt der Gastroenterologe fest, dass es ein Tormor ist im Bereich des Dickdarms, wird eine Probe entnommen. Der Probe wird geschickt zu der histologischen Untersuchung, wo der Barthologe die Probe erarbeitet oder ausarbeitet und dann wird daraus festgestellt, dass es ein Krebs ist. Ja. Und dann kommt der Patient zu weiterer Diagnostik. Das heißt, dass diese Darmspiegelung im Grunde genommen ja das Mittel der Wahl ist für Sie, ne? Genau, das ist der Mittel der Wahl und die auch feingewebliche Untersuchung, was dabei rauskommt. Ja. Das heißt ja auch, wenn man regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge ginge, zur Darmspiegelung. Das spielt eine große Rolle bei der Verhinderung von Darmkrebs, dass man auch ganz früh die Darmkrebs entdeckt und auch entsprechend behandelt. Ja. Wonach, also man sagt ja, es gibt einen kleinen Krebs, es gibt einen großen Krebs, er hat weit um sich gegriffen. Da gibt es, glaube ich, so Einteilungen, wie schwach oder wie stark der Krebs ist, oder? Das ist auch ein Thema, muss man einfach wissen, wie groß der Darmkrebs ist, wie weit ausgedehnt ist in die Dickdarmwand, ob da Lymphknoten befallen sind und ob da auch Metastasen drin sind. Deswegen macht man immer eine Untersuchung weiter, das heißt, beispielsweise die Computertomographie, so eine Schichtaufnahme vom Bauch, guckt man die ganzen Organe im Bauch, ob da Fernmetastasen da sind und wie weit die Lymphknoten befallen sind und wie weit auch der Dickdarmkrebs einwächst in den Dickdarmwand. Ja, wenn das jetzt, also wie viel muss denn dann raus? Also, jeder Darmabschnitt hat ein Darmfett, da drin sind die Arterien oder die zufohrenden Blutgefäße, entlang der Blutgefäße sind auch die Lymphknoten und der Stock, was der Dickdarmkrebs da sitzt, muss einfach mal raus mit den ganzen Blutgefäßen, Lymphpakete da drin und Darmfett. Ja, das heißt... Mit Sicherheitsabstand auch von dem Krebs auch. Ja, also das heißt einmal der Abschnitt im Darm selber, dann die dazu führenden Blutgefäße und die Lymphknoten, über die sich ja der Krebs, glaube ich, vorrangig auch verteilen würde im Körper, oder? Richtig, richtig. Ja, wenn man jetzt so einen Bericht bekommen hat vom Pathologen nach der Darmspiegelung, der hat vielleicht auch eine Probe genommen, wer entscheidet dann, wie Sie mit dem Patienten weiterverfahren? Also, erstmal wird die Computertomographie durchgeführt und dann wird der Fall vorgestellt in einer Tumorkonferenz, das ist so eine Kommission von verschiedenen Fachabteilungen, da kommt ein Onkologe dazu, da kommt ein Strahlentherapeut und die Gastroenterologen dabei und die Chirurgen. Und wird dann der nächste Schritt entschieden, wie es weitergeht. Das heißt also, trifft sich diese Tumorkonferenz einmal zu Beginn oder auch später nochmal? Genau, auch später nach der Operation, wenn es operiert werden sollte oder auch zum Beispiel ein Mastarmkrebs mit der Radiotherapie oder Chemotherapie vorbehandelt ist, trifft man auch diese Kommission, dann treffen sie sich wieder und wird eine Entscheidung wieder getroffen, wie es weitergeht. Weil jeder Krebs anders verläuft. Genau, jeder Fall wird individuell diskutiert. Ja, ja, jeder Mensch ist anders. Genau, genau. Wenn wir jetzt über eine Operation sprechen würden, wird die immer groß geschnitten? Nicht immer, nein, das war der Goldstandard vor 20 Jahren vielleicht. Jetzt wird meistens mit minimalinvasiver Technik durchgeführt, das heißt über kleine Schnitte in den Bauch und dann wird der Krebs auch onkologisch mit dem gesamten Lymphknoten und die Blutgefäße vollständig entfernt. Und in einzelnen Fällen, wo zum Beispiel ein Patient mehrfach voroperiert ist und man erwartet, dass da ganz viele Verwachsungen drin sind, dann wird offen operiert mit einem großen Schnitt. Ja, aber eher, das versucht man glaube ich eher zu vermeiden. Genau, versucht man immer eher zu vermeiden, aber in einzelnen Fällen, dann, ja, geht nicht anders. Also muss man einen Schnitt machen. Aber die meisten, wie gesagt, die meisten sind labaskopische Versorgung, also mit der Bauchspiegelung. Ja, genau. Also die Frage ist ja auch, man hört ja immer so viel, wird da sofort operiert? In welchen Fällen wird sofort operiert? Oder machen Sie erstmal eine Chemo, damit sich der Tumorherd vielleicht verkleinert? Kann man das irgendwie einordnen, wann man was macht? Also muss man unterscheiden zwischen Dickdarmkrebs oder Mastdarmkrebs. Mastdarmkrebs, in den meisten Fällen wird erst operiert und dann erfolgt, je nachdem, eine Chemotherapie. In Mastdarmkrebs wird meistens auch eine Vortherapie mit Bestrahlung und Chemotherapie. Das spielt eine große Rolle bei Verkleinerung des Tumors und die Lokalkontrolle über den Tumor. Und dann erfolgt dann die Operation. Es gibt auch Stadien, wo der Tumor sehr klein ist, ganz am Anfang, begrenzt auf Schleimhaut, kann man hier ein lokales Verfahren, sowohl im Dickdarm als auch im Mastdarm, dass man den Tumor einfach entfernt, zum Beispiel durch die Darmspiegelung. Ja, genau, das bringt mich nochmal zurück zur Vorsorge, denn ich kann mir vorstellen, in diesem sehr frühen Stadium merkt man überhaupt nichts an Symptomen. Genau, deswegen ist die Vorsorge sehr wichtig. Ja, genau, und dann ist die Sache auch schnell erledigt. Genau, genau. Nun waren wir ja bei den etwas fortgeschritteneren Fällen, wo zumindest mal ein Stück vom Darm raus muss. Und Sie ja eben sagten, manchmal eine Chemo davor, um die Herde zu verkleinern, manchmal eine Chemo dahinter. Das ist meistens im Mastdarmkrebs, wenn das lokal fortgeschritten ist, Lymphknoten befallen sind oder der Tumorausdehnung in der Darmwand groß ist, dann erfolgt eine Bestrahlung. Und dann eine Chemotherapie, das ist eine Kombination, das ist sehr sinnvoll, weil, wie gesagt, durch die Bestrahlung ist die lokale Kontrolle sehr groß, ist über den Tumor, dadurch wächst der Tumor nicht weiter. Und dann hat man die Kontrolle über die Chemotherapie, hat man eine systemische Kontrolle über den Tumor, weil es gibt auch Krebszellen, die manchmal zirkulieren in Blutgefäße und hat man durch die Chemotherapie die Kontrolle darüber. Und macht man diese Kombination vier bis sechs Wochen und dann muss man einfach warten, weil es gibt auch, die Therapie wirkt nicht nur im Moment, sondern auch vor Zürich danach. Und dann warten wir mal, also die Studien zeigen, dass am besten der beste Zeigpunkt zum Operieren ist, sechs bis acht Wochen nach der Therapie und dann kommt die Operation, dann wird ein Stück Dickdarm entfernt und auch je nachdem wird der weitere Therapie auch entschieden. Jetzt sagten Sie gerade, die Chemo ist systemisch, das heißt, sie wirkt auf den ganzen Körper, die Bestrahlung wirkt ja eigentlich lokal, da denkt man doch, ist lokal nicht besser? Also warum bestrahlt man nur im Bereich vom letzten Stück, also vom Massdarm oder Enddarm, Rektum? Das ist auch eine gute Frage, weil wenn der Tumor zum Beispiel Anschluss hat an Blutgefäße oder Lymphknoten, dann sind auch Krebszellen, die in Blutgefäße laufen, also über Blut, zirkulieren im gesamten Körper und durch die Chemotherapie kann man diese Zellen auch angreifen und töten. Genau, aber die Bestrahlung, also heißt das, dass die Bestrahlung am besten im untersten Bereich des Darms funktioniert und darüber nicht, kann man das so sagen? Kann man das so sagen, weil der Dickdarmbereich, also ganz oben, der Massdarm reagiert ganz gut auf die Bestrahlung, die Massdarmkrebse, aber im Kolumbereich, also oben im Dickdarm, die ist fast unempfindlich. Ach so, da kommt es nicht an. Also die reagiert nicht auf die Bestrahlung. Ja, okay. Viele, also, naja, doch, viele Menschen haben Angst davor, dass sie nach der Krebstherapie mit einem künstlichen Darmausgang zu tun haben. Wann, also dieser künstliche, da gibt es für mich zwei Fragen. A, bleibt der, der Darmausgang und B, in welchen Fällen überhaupt? Genau. Also, im Prinzip gilt das so, im Dickdarmbereich braucht man bei geplanten Operationen keinen Darmausgang, bleibt auch nicht. Bei Massdarmkrebs, also es gibt zwei Sachen, also wenn der Schließmuskel betroffen ist mit dem Krebs, dann muss der raus und dann bleibt ein künstlicher Darmausgang. Wenn der Massdarmkrebs tief sitzt, dann muss man, wenn man einen Darmkrebs entfernt, muss man ein Stück Darm raus, muss man eine neue Verbindung wieder machen. Und das Risiko bei Massdarmkrebs, wenn der tief sitzt, das Risiko, dass der Anastomose oder die sogenannte Neudarmverbindung aufgeht, ist groß bei 20 Prozent der Patienten. Und deswegen schafft man einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang und bleibt in der Regel, also drei bis sechs Monate, kann man danach wieder anschließen. Aha, das heißt, danach wird dann, wird es wieder zurückverlegt und meine Verdauung funktioniert so, wie sie immer vorher funktioniert hat für mich. Genau, genau ist es so. Und man vermeidet auch sehr viele Risiken und Komplikationen, weil wenn die, wenn die Darmverbindung aufgeht unten im Becken, das ist auch ein großes Thema, muss man wieder operieren oder muss man auch einen künstlichen Darmausgang wieder anlegen. Ja, das ist eine Bauchfellentzündung auch mit dabei meistens, deswegen ist das ein schwieriges Thema. Ja, weiß ich das vor der Operation, ob Sie einen künstlichen Darmausgang legen werden? Da werden durch die Untersuchung genau festgestellt, wo der Turmo sitzt und weiß man nicht, ob hier ein, meistens weiß man vorher, ob hier ein künstlichen Darmausgang gebraucht wird oder nicht. Genau, es ist wahrscheinlich, es sei denn, es ist ein Notfall, da geht sowieso alles von vorne los, ne? In Notfalloperationen ist es anders, weil es gibt auch verschiedene Sachen bei Notfall, es kann ja der Turmo, wenn der Turmo sehr groß eingewachsen ist oder blutet oder einfach mal beforiert, wenn ein Loch entsteht durch die Einwachsung, dann ist es ein Notfall, muss man operieren, kann man auch keine geplanten Sachen vorher machen, zum Beispiel Chemotherapie und muss man schnell operieren, kommt ein Stück Darm raus. Und wenn eine Bauchfellentzündung mit dabei ist, das in bestimmten Fällen macht es auch Sinn, dass man einen künstlichen Darmausgang reinlegt. Gut, jetzt hatten wir ja eine geplante Darm-OP, jetzt komme ich aus der Operation, dann bin ich wahrscheinlich 24 Stunden intensiv, oder? Intensivstation? Ja, in der Regel kommen die Patienten auf Intensivstationen, das hängt auch davon ab, ob der Patient vorerkrankt ist, hat er ganz viele Vorerkrankungen, nimmt ganz viele Medikamente, ist der kardial, also herzvorbelastet oder mit der Lunge hat er auch andere Krankheiten. Manche Patienten zum Beispiel nach der Entfernung von einem rechten Dickdarm, das reicht auch, der geht auch danach gleich auf normale Station. Okay, und nach wie vielen Tagen bin ich raus? Nach solchen Operationen in der Regel 7 bis 10 Tage. 7 bis 10 Tage? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram. Werden Sie gesund!